Kann es sein, dass mein Baby juckende Haut hat? Es hat so einen Ausschlag und ich habe das Gefühl, dass sie sich immer kratzt. Hallo und herzlich willkommen auf hierbemweisheit.de Diese Frage kommt immer wieder meistens im ersten Lebenshalbjahr, manchmal zweites Lebenshalbjahr. Und es gibt durchaus Kinder, die einiges zu tun haben mit ihrer Haut und die juckende Stellen haben, die auch Stellen haben, die so ein bisschen wie ein Ekzem aussehen. Und sich dann auch kratzen. Und natürlich fragt man dann die Hebamme, was kann ich denn machen? Und ich möchte euch heute ein, zwei einfache Tipps geben. Das ersetzt nicht eine Diagnose, das ersetzt nicht, dass ihr guckt, wo kommt es eigentlich her und was ist es? Dabei ist ganz wichtig, dass man nicht zu schnell an Ideen wie Neurodermitis und so andockt. Und viele von diesen Hauterscheinungen, von diesen juckenden Hauterscheinungen, gehen wieder weg, ganz von alleine. Ich bitte euch zu entschuldigen, dass hier Hintergrundgeräusche sind. Das ist der dritte Advent 2020 und es ist vorhin die Sonne gerade rausgekommen und ich habe keine Zeit rauszugehen und mir einen Platz zu suchen, wo nicht so viele Fußgänger sind. Ich habe mich deswegen schlicht und einfach hier auf den Balkon gestellt, weil ich bei dem Wetter unbedingt draußen sein will und wenn es nur ein bisschen ist. Also wenn Autos im Hintergrund und Leute und Geplapper, ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe das Mikro genommen, damit es nicht so laut wird. Also das heißt Punkt 1, es ist absolut sinnvoll, ich rate euch dringend zu schauen, wo kommt es her. Wenn es im Windelbereich ist, dann ist als erstes Luft dran, die Windelmarke wechseln, ganz, ganz wichtig. Aber ich meine jetzt eher so diese Erscheinungen, die manchmal auf den Körper kommen, die manchmal an den Backen im Gesicht sind, an der Seite, hier an der Schläfe, an der Stirn, wo die Kinder sich dann auch kratzen. Verbunden mit, und da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, jetzt in diesem Video genauer darauf einzugehen und eine Diagnostik zu betreiben, sonst irgendwas. Das müsst ihr in Eigenregime machen. Aber ich gebe euch zwei einfache Hausmittel, wie ihr Juckreiz, welcher Natur auch immer, problemlos und ohne Nebenwirkung bei den Kindern lindern könnt. Einfach wie ihr euch das Leben leichter machen könnt und sozusagen aus der Kräuter- oder Pflanzenkiste ein kleiner Tipp. Und auch den überprüft ihr wie immer für euch selbst. Also, das Natürlichste wäre Labkraut. Labkraut wächst hier überall auf den Wiesen. Wer meinen Wildkräuterwanderungsfilm gesehen hat, kennt es. Da gibt es auch ein E-Book dabei, wo man gucken kann, wie es aussieht. Und sogar jetzt um die Jahreszeit, im Dezember, findet ihr Labkraut. Das heißt, diejenigen, die so super natürlich drauf sind, die gehen auf die Wiese, sammeln sich selber Labkraut, spülen es gut ab und machen daraus einen kräftigen Tee. Oder ihr kauft es in der Apotheke und macht daraus einen kräftigen Tee. Das ist eins, Labkraut. Stufe Nummer zwei ist Schwarztee. Einen einfachen Schwarztee und zwar einen kräftigen Schwarztee kochen. Und mit diesem Schwarztee immer wieder die Stellen betupfen. Das lindert einfach den Juckreiz und macht damit die Nächte manchmal ruhiger. Oft reicht das aus. Entweder Labkraut oder Schwarztee. Und dann gibt es noch eine Steigerung, dass die Eichenrinde auch ein altes Mittel. Selbstverständlich dürfen all diese Tee, die ihr da macht, nicht in die Augen des Kindes geraten. Und sie sind natürlich auch nicht für den Verzehr geeignet. Völlig klar. Aber ihr könnt aus Eichenrinde, die bekommt ihr in der Apotheke, einen kräftigen Sud kochen und auch damit die Haut betupfen. Der große Nachteil ist, dass Eichenrinde megamäßig färbt. So ähnlich wie Walnussschalen. Habt ihr schon mal Walnüsse geholt aus der Schale? Also nicht der harten Schale, sondern dem Fleisch außenrum. Ihr habt total verfärbte Finger und so ähnlich ist es mit Eichenrinde auch. Aber es wirkt sehr gut. Und dann gibt es noch einen synthetischen Stoff, der Eichenrinden ähnlich ist. Also der sozusagen auf dem Konzept Eichenrinde entwickelt wurde. Und das ist Tannulakt. Gibt es als Lotion und als Pulver, wo man Sitzbäder zum Beispiel mitmachen kann. Ich empfehle sehr, bei den Pflanzen zu bleiben und die eben, so wie ich es beschrieben habe, anzuwenden. Und es kann sein, dass der Leidensdruck, der durch dieses Jucken entsteht und die unruhigen Nächte dadurch etwas besser werden. Es ist keine Therapie oder ein Ersatz dafür zu gucken, was das eigentlich ist mit der Haut. Gut, da seid ihr in der eigenen Verantwortung, müsst gucken. Aber es ist ein Kräuterhexen-Tipp für, wenn es mal juckt, bei Großen und bei Kleinen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ganz liebe Grüße, eure Levka.